Es geht um Daten der Kassenärztlichen Vereinigung zum Thema Corona-Impfung. Herr Sichert, bitte. Ja, also ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen. Das sind die Daten, die wir da bekommen haben. Über 90 Seiten A4, ganz klein bedruckt, sind die Diagnosecodes aus den Jahren 2016 bis zum ersten Quartal 2022. Diese Daten habe ich gesichtet, habe ich Herrn Lausen auch gegeben, dass er sie nochmal mit Spezialisten zusammen sich genau anschaut. Und wir sind da auf verschiedene Zuwächse im Jahr 2021 gestoßen, bei Krebsfällen, bei Darmerkrankungen und Ähnlichem. Aber letztlich haben wir Zahlen gefunden, die so schockierend sind, dass wir gesagt haben oder dass ich gesagt habe, das ist das, worum wir uns tatsächlich heute fokussieren müssen. Und das ist das, was Sie jetzt hier auch an der Wand sehen. Das ist die Entwicklung der Todesfälle plötzlich und unerwartet in Deutschland in den letzten Jahren. Sie sehen, in den Jahren von 2016 bis zum Jahr 2020, das sind Quartalszahlen jeweils, also jeder Balken steht für ein Quartal, war das eine relativ konstante Entwicklung. 2016, 13 Tote pro Tag, 2017, 14 Tote pro Tag, 2018, 14 Tote pro Tag, 2019, 18 Tote pro Tag, 2020, 17 Tote pro Tag und 2021 dann plötzlich Einsprung auf 97 Todesfälle pro Tag. Wir haben faktisch seit dem ersten Quartal 2021 in jedem Quartal mehr Todesfälle, die plötzlich und unerwartet gestorben sind, als in jedem der Jahre davor gesamt. Also eine mehr als Vervierfachung der Todesfälle plötzlich und unerwartet, die wir hier sehen. Ich würde noch auf andere Daten kurz kommen, die wir bei den Daten hier gesehen haben, bei den KBV-Daten. Das sind die Daten, die Sie gegebenenfalls schon kennen, falls Sie sich mit den Themen etwas schon beschäftigt haben. Das ist die Entwicklung der Impfnebenwirkungen von Menschen, die zum Arzt gegangen sind, wo die Ärzte festgestellt haben, derjenige hat irgendeine Form von Impfnebenwirkung. Auch da sehen wir ja, das war eine Verdreißigfachung gegenüber den Vorjahren, was 2021 festgestellt wurde, was wir auch in den Daten entsprechend hier seitens der Kassenärztlichen Vereinigung sehen konnten. Bei den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung handelt es sich um die Daten von 72 Millionen in Deutschland gesetzlich Versicherten. Da sind nicht dabei die Daten aus den Krankenhäusern, denn die laufen über eine separate Abrechnung. Und da sind nicht dabei die Daten, die von den Privatpatienten erfasst werden, sondern es geht nur um die Daten der gesetzlich Versicherten, wenn die zum Hausarzt, zum Facharzt und so weiter gehen. So, wie sind wir an die Daten gekommen? Wir haben, oder ich habe eine Anfrage gestellt bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wer das ganze Thema im Bundestag beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass es da diverse öffentliche Anhörungen auch gab, wo wir um diese Daten gerungen haben. Wir haben auf diese Anfragen nie eine Antwort bekommen. Interessanterweise über Frag den Staat, über dieses Online-Portal, kamen dann entsprechend Antworten. Und da hat uns die KBV dann diese Daten zukommen lassen. Ich zeige Ihnen das einfach mal und dann verstehen Sie auch, warum neben mir der Datenanalyst Tom Lausen sitzt. So sahen diese Daten im Original aus. Das sieht eher aus wie eine Grafik. Mit 500-facher Vergrößerung kann man dann sehen, dass es sich da tatsächlich um Zahlenreihen handelt. Sehr, sehr klein geschrieben, die man als PDF uns da zugeschickt hat. Und die seit 2016 sozusagen jedes Quartal und jeden Diagnosecode dort in der entsprechenden Häufigkeit bei diesen 72 Millionen gesetzlich Versicherten abbilden. Ja, warum ist das von besonderer Relevanz, diese Daten? Eigentlich hat die Bundesregierung gemäß § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz, haben sowohl das Paul-Ehrlich-Institut als auch das Robert-Koch-Institut den gesetzlichen Auftrag, genau diese Daten, die ich hier vor mir habe, regelmäßig einzuholen und zu analysieren und auszuwerten. Und der § 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz sagt dazu, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen und soweit die Angaben bei Ihnen vorliegen, die für die Durchführung von Impfleistungen eingerichteten Impfzentren für die Zwecke der Feststellung und der Inamtsspruchnahme von Schutzimpfungen und Impfeffekten dem Robert-Koch-Institut und für die Zwecke der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen dem Paul-Ehrlich-Institut folgende Angaben zu ermitteln haben. Und dann kommt der Punkt 9, Diagnosecode nach der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten. Das ist das, was wir hier haben und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, warum der Gesetzgeber das genau eingefügt hat. Das ist nämlich noch gar nicht so alt, das ist eingefügt worden im Jahr 2020, im November 2020. Und da gab es einen Änderungsantrag von der damaligen Großen Koalition, bestehend aus Union und SPD. Die Union hat danach zu dem Zeitpunkt immer noch den Gesundheitsminister gestellt. Inzwischen stellt diesen Gesundheitsminister die SPD. Und die haben genau diesen Punkt mit den Diagnosecodes eingefügt und haben den Änderungsantrag wie folgt begründet. Sie haben geschrieben, angesichts einer beschleunigten Entwicklung und aktuell noch nicht umfassender Daten zur klinischen Wirksamkeit und zum Lebenswirkungsprofil der Covid-19-Impfstoffe sind besonders strenge Anforderungen an das Impfquotenmonitoring und die Überwachung der Wirksamkeit bereits in Phase 1 der zentralen Verimpfung in Impfzentren und mittels mobiler Teams zu stellen. Und schreiben dann, dass genau diese strengen Anforderungen erfolgen durch den § 13 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 bis 10. Also durch genau die Analyse dieser Daten, die wir hier vorliegen haben. Die Bundesregierung kommt hier ihrer Pflicht seit knapp zwei Jahren nicht nach. Wir haben dazu diverse Anfragen im Deutschen Bundestag gestellt. Der Kollege Kai-Uwe Ziegler, dem hat man erst im Mai diesen Jahres beispielsweise geantwortet seitens der Bundesregierung. Nein, bislang fanden keine Gespräche der Kassenärztlichen Vereinigungen hinsichtlich der Datenübermittlung nach § 13 Infektionsschutzgesetz Satz 5 mit dem Paul-Ehrlich-Institut statt. Ich habe selber auch im Frühsommer diesen Jahres Dienstaufsichtsbeschwerde beim Bundesgesundheitsministerium eingereicht zu genau diesem Themenkomplex und gesagt, Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut kommen hier im gesetzlichen Auftrag nicht nach. Das Bundesgesundheitsministerium, Herr Lauterbach, hat diese Dienstaufsichtsbeschwerde abgewiesen und darauf hingewiesen, dass sie ja andere Daten hätten und diese Daten nicht so relevant wären. Wir haben diese Daten jetzt, damit endlich diese Daten analysiert und ausgewertet werden, hat die am Freitag mein Bundestagskollege Malte Kaufmann beim Paul-Ehrlich-Institut direkt dort übergeben. Und es ist wichtig, dass diese Daten entsprechend ausgewertet werden, weil ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, wir waren beide sehr schockiert, als wir gesehen haben, diese Entwicklung der Todesfälle plötzlich und unerwartet. Ich zeige es hier einfach nochmal, wie massiv das angestiegen ist und wir haben dort Steigerungen tatsächlich gesehen, die wir in der Massivität nicht erwartet haben, die sich ein bisschen angedeutet haben durch die Presselandschaft, wenn man sich so die letzten Monate immer wieder verfolgt hat, dass man immer wieder mitgekriegt hat, ja, da ist jemand plötzlich und unerwartet gestorben. Aber in der Massivität, dass das so stark angestiegen ist, dass wir in jedem Quartal 2021 und auch im ersten Quartal 2022 mehr Todesfälle plötzlich und unerwartet in Deutschland hatten als in jedem der Vorjahre. Das war so nicht erwartet worden und das ist wirklich schockierend, denn wir reden hier von effektiv 70 und mehr Toten pro Tag, die plötzlich und unerwartet sterben, wo die Ärzte nicht wissen, warum diese Menschen gestorben sind und die jetzt kurzfristig aufgetreten sind. Kurz dazu, was das Arzneimittelgesetz dazu sagt, Arzneimittelgesetz Paragraf 69 sagt, die zuständigen Behörden, also das Paul-Ehrlich-Institut an der Stelle, treffen die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Sie können insbesondere das Inverkehr bringen von Arzneimitteln oder Wirkstoffen untersagen, deren Rückruf anordnen und diese sicherstellen, wenn viertens der begründete Verdacht besteht, dass das Arzneimittel schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen. Und zehntausende Todesfälle pro Jahr gehen definitiv über jedes vertretbare medizinische oder wissenschaftliche Maß hinaus. Das Paul-Ehrlich-Institut, warum ist das relevant, diese Daten so besonders relevant? Weil das Paul-Ehrlich-Institut selbst sagt, diese Daten der plötzlich und unerwartet Verstorbenen sind die elementaren Daten, die hergenommen werden, um die Sicherheit von Arzneimitteln zu bewerten. Da gehört dazu der I46-1, also der plötzliche Herztod, der um über 20% angestiegen ist. Da gehört dazu der R96, der plötzlich eingetretene Tod, der um über 1000% gestiegen ist. Da gehört dazu der R96-1, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angaben, der um über 1400% angestiegen ist. Da gehört dazu der R98, der Tod ohne Anwesenheit anderer Personen, der um über 600% angestiegen ist. Und da gehört dazu der R99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen, der um über 250% angestiegen ist. Also das Paul-Ehrlich-Institut selbst sagt, das sind die elementaren Faktoren, die elementaren Diagnosecodes, die analysiert werden müssen, um die Sicherheit von Arzneimitteln und von Impfstoffen an der Stelle zu bewerten. Und dass diese Werte so explodiert sind, das ist etwas, was uns sehr überrascht hat. Und wenn sie ihrer Aufgabe nachgekommen wären, sagen wir es mal so, und wenn es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Impfung, die uns als einziger Faktor jetzt, oder mir zumindest als einziger Faktor eingefallen ist, der im ersten Quartal 2021 jetzt wirklich massiv dazugekommen ist, wenn es da wirklich einen Zusammenhang geht und diese Daten nicht ausgewertet worden sind seitens des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts, dann sprechen wir davon, dass es darum geht, dass es zehntausende Todesfälle gab, spätestens seit Herbst 2021, die hätten vermieden werden können. Was sind die Forderungen, die politischen Forderungen, die sich für uns als AfD daraus ergeben? Die politischen Forderungen sind die sofortige Aussetzung der Impfung mit den Corona-Impfstoffen bis ausgeschlossen werden kann, dass diese massive Zunahme von Todesfällen auf die Impfung zurückzuführen ist. Wie gesagt, wir können nicht sagen, es kommt definitiv von der Impfung, aber es ist einer der Faktoren, wo wir wissen, das ist etwas, was zum ersten Quartal 2021 dazugekommen ist. Und bis nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist der Verdacht, dass es damit zusammenhängt, so stark, dass die Impfung mit diesen Impfstoffen auszusetzen ist, so wie man das bei allen anderen Medikamenten auch gemacht hätte. Es ist bei so einer massiven Zunahme von plötzlich und unerwartet Verstorbenen, muss auch dazu übergegangen werden, dass staatlicherseits angeordnet wird, dass die alle entsprechend obduziert werden, dass das entsprechend als Daten zusammengetragen wird und analysiert wird, woran diese Menschen jetzt plötzlich und unerwartet versterben. Wenn wir plötzlich mehr als viermal so viele Menschen haben, die pro Tag plötzlich und unerwartet sterben wie vorher, dann muss der Staat dem nachgehen, um zu verhindern, dass weitere Menschen plötzlich und unerwartet sterben. Dann haben wir irgendeine Todesursache, die in Deutschland unterwegs ist, die angegangen werden muss. Und wie gesagt, wir reden hier von über 60 Toten pro Tag. Wir wollen, dass eine verpflichtende Erfassung des Impfstatuses, der Corona-Impfung und des eingesetzten Impfstoffes bei den Verstorbenen durchgeführt wird und eine regelmäßige Veröffentlichung dieser Daten durchgeführt wird. Um festzustellen, woran sterben Leute, die gegebenenfalls geimpft sind, haben wir ein anderes Sterbeverhalten bei Leuten, die geimpft sind, wie bei Leuten, die ungeimpft sind. Sterben die an anderen Todesursachen oder gleicht sich das Ganze aus? Wir fordern natürlich die umgehende Auswertung der KBV-Daten durch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut. Sie müssen jetzt endlich ihrer gesetzlichen Pflicht nach zwei Jahren nachgehen und dann auch die Bevölkerung und die Ärzte darüber informieren, welche Zusammenhänge sich da ergeben haben. Diese Präsentation und die Daten der KBV sind online abrufbar für jeden auf der Seite der AfD. Dort ist eine Seite freigeschaltet, eine Unterseite, Datenauswertung von Impffolgen. Und auf dieser Seite können sowohl diese KBV-Daten für jeden, der sich dafür interessiert, abgerufen werden, als auch die Präsentation. So, da das aber so ein Datenkomplex ist, so ein großer Datenkomplex und es natürlich auch darum geht, dass diese Daten valide sind, wie diese Daten genau analysiert worden sind und so weiter und so fort, würde ich jetzt übergeben an den Herrn Lausen, der entsprechend dazu etwas sagen wird. So, machen Sie mal vom Desktop, bitte. Vom Desktop einfach hier unten auf. Ich weiß gar nicht, wie Sie da hinkommen. Jawohl. Ist das die aktuelle Version? Ja, gut. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Tom Lausen, ich bin Datenanalyst aus Grünen Deich. Grünen Deich liegt bei Hamburg im Alten Land. Ich bin gestern angereist und beschäftige mich seit quasi Oktober, August bis September 2020 mit den Daten der Corona-Pandemie. Heute ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Tag, weil heute Daten veröffentlicht werden, beziehungsweise in die Öffentlichkeit getragen werden, die von großer Bedeutung sind. Ich möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Erklärung, die Herr Sichert gerade abgegeben hat, sehr grundlegende Dinge enthalten hat, die ich nochmal aufgreifen möchte. Ich will das mal wie folgt erklären. Wenn Sie eine Massenimpfung in einem Land einführen, dann ist es üblicherweise so, dass Sie natürlich überlegen müssen, dass Sie eine neue Gefahr geschaffen haben. Und wenn Sie eine neue Gefahr schaffen, dann müssen Sie zunächst einmal auch die Risikofaktoren kennen, die Bevölkerung darüber informieren, dass es eine Gefahr geben könnte. Und damit der einzelne zu Impfende natürlich auch in die Lage versetzt wird, selber zu entscheiden, ob er diese Impfung für sich in Ordnung findet oder nicht. Aber das Zweite ist, wenn erst mal die Leute sich entschieden haben und im Glauben sind, das funktioniert alles, dann müssen Sie natürlich die geschaffene Gefahr, die Sie durch eine Einführung eines Arzneimittels oder Impfstoffes erzeugt haben, dann müssen Sie diese Gefahr natürlich überwachen. Für diese Überwachung haben wir Sicherheitsmauern in Deutschland. Diese Sicherheitsmauern sind in Form des Paul-Ehrlich-Instituts, unserer Oberbehörde für Arzneimittelsicherheit und Impfstoffsicherheit gegeben. Das Paul-Ehrlich-Institut muss natürlich jetzt sich überlegen, nach welcher Methode machen wir das. Also wenn Sie jetzt eine Mastenverimpfung machen von neuen Arzneimitteln oder Impfstoffen, dann müssen Sie ja überlegen, was genau ist das, was wir untersuchen müssen. Und insbesondere, wenn Todesfälle gemeldet werden, was man schon sehr früh wusste, Herr Wieler hat am 3.12. auf einer Pressekonferenz schon mitgeteilt, dass wir Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfstoffgabe haben werden. Und wenn wir also Todesfälle gemeldet bekommen, dann müssen wir ja irgendwelche Möglichkeiten haben, rauszufinden, es stehen die im Zusammenhang mit der Impfung, ist sozusagen die Impfung schuld, um es auf Deutsch zu sagen, oder ist sie es nicht? Das muss dann genau untersucht werden. Wie Sie es vielleicht gar nicht wissen, die Untersuchung, die dann stattfindet, kann leider das Paul-Ehrlich-Institut nur mit sehr spärlichen Methoden machen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat keine Anordnungsbefugnis für eine Obduktion, also eine Leichenöffnung, sondern das Paul-Ehrlich-Institut hat eigentlich nur die Möglichkeit zu warten, bis jemand meldet, hier ist jemand gestorben und das ist auch 3.000 Mal in Deutschland passiert. Hier ist jemand gestorben und wir vermuten, das ist im Zusammenhang mit der Impfung. Nun sind es beim Paul-Ehrlich-Institut 3.000 Todesverdachtsmeldungen. Ich selbst habe Herrn Dr. Menzer, das ist der Leiter der Pharmakovigilanz des Paul-Ehrlich-Instituts vor dem Bundesverwaltungsgericht im Soldatenprozess als Parteien-Sachverständiger selbst befragt und ich habe Herrn Dr. Menzer gefragt, wie denn diese Todesfälle zum Paul-Ehrlich-Institut gelangen. Daraufhin hat er mir gesagt, zu 90 Prozent melden Angehörige, also nicht die Ärzte, diese Todesverdachtsmeldung. So, das ist nur erstmal kurz zur Einleitung. Jetzt ist ja die Frage, was kann denn das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt untersuchen, wenn es überwachen will, ob Todesfälle infolge der Impfung zuzuschreiben sind oder eben nicht. Und eine Obduktion können Sie eben nicht anordnen. So viel habe ich natürlich im Zusammenhang mit meiner Analystenarbeit auch herausgefunden. Ich kann ja nicht bloß mir die Daten ansehen, ich muss ja auch die Zusammenhänge ergründen, damit ich die Daten auch selbst verstehen kann. Und was ich herausgefunden habe, ist, das Paul-Ehrlich-Institut macht sich das eigentlich ganz einfach und dafür haben wir ja die Statistik. Da bin ich dann wieder derjenige, der in dem Zusammenhang aufkommt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat das schon einmal 2007 bei Gardasil gemacht. Gardasil-Impfungen sind damals, glaube ich, 15 Millionen Mal verimpft worden. Und da gab es einen Todesfall bei einem Mädchen. Und man wollte ja herausfinden, ob dieses Mädchen nun von der Impfung gestorben ist oder eben nicht. Daraufhin hat das Paul-Ehrlich-Institut zumindest öffentlich, ich konnte nichts Besseres finden, erstmalig veröffentlicht, dass sie, um das herauszufinden, nicht die Todesfälle in Deutschland untersuchen, sondern nur die, die unklar sind, also die unerklärt sind und die plötzlich eingetreten sind. Und diese Todesfälle, die, ich gehe jetzt hier einfach mal so schräg durch, ja, Gardasil war schon, diese Todesfälle, das ist jetzt von, ich habe eigentlich anders angefangen, als ich wollte, aber Sie haben es gleich, Moment, jetzt haben Sie einmal meinen Vortrag einmal schon gesehen. Ich dachte, dass ich das hier drin hätte. Da, diese Todesfälle sind, wie Herr Sichert schon erklärt hatte, und das werden Sie auch sicherlich nachvollziehen können, das ist das, was das Paul-Ehrlich-Institut heranzieht. Ich muss allerdings eine kleine Korrektur machen. Bei Gardasil hat man noch nicht I-46-1, plötzlicher Herztod, hervorgezogen, sondern bei Gardasil hat man bezüglich dieses Mädchens gesagt, wir untersuchen die statistischen Zahlen eines Referenzvorjahres. R-96-0, plötzlich eingetretener Tod. R-96-1, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angabe. R-98, Tod ohne Anwesenheit anderer Person, also der Arzt öffnet die Tür oder kriegt die Tür geöffnet und findet eine Leiche vor. Und R-99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen. Diese Kodierungen sind immer dann anzuwenden, wenn der leichenschauende Arzt nicht weiß, was vorgelegen hat. Ob das der Arzt richtig macht, ob der Notarzt einen vorläufigen Leichenschauschein ausstellt, all diese Dinge habe ich versucht zu recherchieren. Ob diese Zahlen letztendlich, die das Statistische Bundesamt ja auch verarbeitet, ob die alle perfekt und richtig sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut diese Zahlen aufgefundener Menschen oder plötzlich gestorbener Menschen zu Rate zieht. Es ist ja auch vernünftig, wenn man schon keine Leichenuntersuchungen macht, ob jemand irgendwie durch körperliche Untersuchung dadurch hervorbringt, er sei von der Impfung oder nicht von der Impfung gestorben. Dann muss man ja irgendwie überlegen, wie macht man das sonst? Also geht man mit der Statistik ran und sagt, naja, wir haben so und so viel tausend Menschen, die plötzlich unklar und unerklärt sterben. Also nehmen wir diese Kodierungen, die wir vom Statistischen Bundesamt kriegen und dann können wir vergleichen und sagen, da ist nichts passiert. Nun ist es leider so, dass das Paul-Ehrlich-Institut quasi verpflichtet wurde und auch die Kassenärztlichen Vereinigungen, die ja die Daten der deutschen Versicherten in den Händen halten, zu überwachen, anhand der Zahlen, wenn man schon diese große neuartige Impfung einführt, die Zahlen so zu kontrollieren, ob es irgendwelche Ausreißer gibt, also ob zu Impfstart irgendwelche Ausreißer, natürlich nicht nur bei Krankheiten, sondern auch bei diesen todesursächlichen Kodierungen R 96 0 bis R 99 und ergänzt, und das war bei Gardasil nicht der Fall, I 46 1 als plötzlicher Herztod. Also man hatte wohl irgendwie den Verdacht, diese Kodierung plötzlicher Herztod könne eventuell auch eine Referenzzahl darstellen. Die sind vom Gesetzgeber dann verpflichtet worden mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz, bitte nicht nur die Daten des Statistischen Bundesamtes zu nehmen, sondern sie müssen auch die Daten der Kassenärztlichen Bundesvereine, der Kassenärztlichen Vereinigung mit einbeziehen, also aller deutschen Versicherten. Das liegt sicherlich auch daran, dass man doppelte Datenquellen hat und das Paul-Ehrlich-Institut natürlich interessiert ist, diese Sachen tatsächlich aufzuklären. Das Problem an den Daten des Statistischen Bundesamts, das zu vergleichen, liegt darin, dass diese Daten gar nicht zur Verfügung stehen. Also wir haben die Daten für 2021 heute immer noch nicht und man kann hier lesen, das ist gestern abgerufen, Verzögerung bei der Veröffentlichung der Ergebnisse der Todesursachen-Statistik 2021. Also bei der Aufbereitung der Ergebnisse hat das Statistische Bundesamt eine eigene Datenquelle noch nicht zur Verfügung gestellt. Also das Paul-Ehrlich-Institut ist quasi heute nach diesen Daten nicht in der Lage zu überprüfen, ob es jetzt einen Ausreißer bei den eben genannten Kodierungen gegeben hat, sondern sie fahren im Nebel im Dunkeln. Dafür hat der Gesetzgeber ihnen ja extra die Möglichkeit gegeben, nach 13.05. Jahren, die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung abzurufen. Und das hat auch Frau Keller-Stanislavski in einem Pressebriefing schon am 14. Januar 2021 mitgeteilt. Frau Keller-Stanislavski ist die zweite Frau, wenn ich das mal so sagen darf, im Paul-Ehrlich-Institut. Die hat, wie Sie hier sehen, das ist auf der PAI-Seite abrufbar, ein Pressebriefing gegeben und hat gesagt, am 14.01., also zwei Wochen nach Impfstart. Neuartige Impfstoffplattformen mit limitierter Erfahrung mit bereits zugelassenen vergleichbaren Impfstoffen müssen also als Herausforderung der Post-Marketing-Überwachung der Covid-19-Impfstoffe angesehen werden. Und klinische Studien der Phasen 1 bis 3 sind nur begrenzt geeignet, um sehr seltene unerwünschte Ereignisse und Langfristrisiken zu finden. Und eine der von ihr vorgeschlagenen Möglichkeiten, um dem sozusagen etwas schneller Herr zu werden, dass man also einen Überblick über die Folgen der Impfung haben kann, ist die retrospektive Studien auf Basis von elektronischen Gesundheitsdaten der gesetzlichen Krankenkassen. Also ist ja klar, wenn man einen Pool von 72 Millionen Menschen hat, die weitestgehend alle geimpft werden, dann hat man natürlich, wenn die zum Arzt gehen, eine hervorragende Überprüfung der Ärzte, was ist jetzt eigentlich für ein Krankheitsgeschehen da draußen oder ist alles wie immer. Also man konnte, und das hat auch der Gesetzgeber CDU, CSU und SPD damals sehr schlau vorgesehen, die haben sich also überlegt, wenn wir eine neue Impfung einführen, das steht auch so im Gesetzesentwurf vom 3.11.20, wenn wir eine neue Impfung einführen, dann wollen wir über diese Kassendaten schneller Bescheid wissen, über die Häufigkeiten von Erkrankungen bei Geimpften gegenüber Ungeimpften. Das war der Plan. Und auch Frau Keller-Stanislavski hat ja, wie Sie sehen können, den geplanten Beginn Quartal 2 2021. Ich möchte Sie daran erinnern, wir befinden uns am Ende, im vierten Quartal 2022 und sie hat gesagt, der geplante Beginn dieser Studien ist 2021. Und jetzt frage ich Sie, aber Sie wissen es wahrscheinlich nicht. Ich habe das rausgefunden, hat das PAI die Daten der KVen genutzt. Ich habe es rausgefunden über die Anfragen der AfD-Fraktion an das Bundesministerium für Gesundheit. Nein, sie haben es nicht genutzt. Und nachdem ich dann die Daten der BKKen in Deutschland, 11 Millionen Versicherten, in die Hände bekam, damals durch den Vorstand Andreas Schöfbeck, der dann entlassen worden ist aufgrund dieser Daten. Ich war damals derjenige, der diese Daten sichten durfte. Und ich habe schon damals darauf hingewiesen, dass es massive Ausreißer bei den Impfnebenwirkungen gab. Damals ist das quasi verharmlost worden. Also die Verharmlosung der Impfnebenwirkungen war dann Standard und Gesetz. Und daraufhin hat sich dann endlich das Paul-Ehrlich-Institut ein bisschen angestupst gefühlt, auch mal dazu eine Äußerung abzugeben. Und die haben am 31.03. eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ausdrücklich begrüßt das Paul-Ehrlich-Institut, die durch das Infektionsschutzgesetz eröffnete, die eröffnete Option, pseudonymisierte Daten der Kassenärztlichen Vereinigung anzufragen und für die Auswertung nutzen zu können. Also das Paul-Ehrlich-Institut tut so, als könnten sie das als Option nutzen. Definitiv nicht. Es steht im Gesetz, sie müssen es nutzen. Sie müssen es sowieso nutzen. Sie haben es aber nicht getan. Und auch wie Sie da schon sehen, es ist der 31.03.2022. Jetzt kommt aber noch das Beste. Am 31.03.2022 teilt das Paul-Ehrlich-Institut mit, wie Sie da in Rot sehen, das Paul-Ehrlich-Institut bereitet die Ansprache der KVen derzeit vor. Also nicht, dass sie die Daten in irgendeiner Weise jetzt nutzen würden oder besorgen würden. Nein, Sie bereiten die Ansprache vor. Aber Sie können es sich schon vorstellen, es ist nicht so, dass die Ansprache zu einer Ansprache geführt hat, die Vorbereitung. Ich glaube, Sie sind immer noch in den Vorbereitungen. Seit dem 31.03.2022 sind nun acht Monate vergangen und das Paul-Ehrlich-Institut hat diese Daten bisher nicht eingefordert. Sie haben nie die Daten angefordert, die mittels einfacher Informationsfreiheitsanfrage, wie man bei Herrn Sichert sehen kann, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung zu erlangen gewesen sind. Ich habe heute einen Rechtsanwalt beauftragt, der diese Daten, ich wusste nicht, dass Herr Sichert auch solche Dinge getan hat. Mein Rechtsanwalt, Frank Großenbach, der hat heute den Auftrag, diese Daten ans Paul-Ehrlich-Institut zu tragen. Ich hatte ja, wie gesagt, schon einige Kontakte zum Paul-Ehrlich-Institut. Ich bin in einem Webex-Call tonmäßig abgestellt worden vom Paul-Ehrlich-Institut, als die BKK-Daten besprochen wurden und frisch der Vorstand ausgeschmissen wurde, bin ich in einem Webex-Call mit Herrn Sichutek gewesen. Man hat mir den Ton abgestellt und ich konnte auch nicht hören, was gesagt wurde und ich wurde dann aus dem Webex-Call geschmissen. Seitdem, das ist ja im 1. März 2022 gewesen, seitdem hat das Paul-Ehrlich-Institut leider nichts unternommen. Nun habe ich gesagt, jetzt diese Daten, die Herr Sichert über Frag den Staat herausgefragt hat, die lasse ich heute übergeben. Warum sind diese Daten so wichtig? Das habe ich Ihnen ja eben schon gesagt. Diese Daten sind viel schneller als die vom Statistischen Bundesamt und weil sie schneller sind, wenn sie in einer Situation sind, wo sie hunderte Millionen Impfdosen verimpfen, dann müssen sie natürlich ein Lagebild haben, wenn sie schon keine Obduktion anordnen können und Menschen sterben. Und jetzt sage ich Ihnen, warum sind diese tatsächlich so wichtig? Jetzt schauen Sie mal, wie das in den einzelnen Codierungen aussieht. Also wir haben hier R96 0, den plötzlich eingetretenen Tod und wir haben eine sehr konsistente Zahlenfolge von 2016 bis 2020 in den Kassenärztlichen Bundesvereinigungsdaten mit unter 1.000 plötzlich eingetretenen Todesfällen und in 2021 haben wir auf einmal 9.809. Das gleiche Spiel sehen wir bei R96 1, Todeseintritt innerhalb von weniger als 24 Stunden nach Beginn der Symptome ohne anderweitige Angabe, auch einen sehr konsistenter Verlauf 2016 bis 2020 und 2021 4.663. Das gleiche haben wir Tod ohne Anwesenheit anderer Personen. Auch hier sehen wir diese Anstiege. Und wir sehen jetzt bei der größten, das ist immer, wenn man so überhaupt nicht Bescheid weiß, R99, sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen. Wir sehen hier einen Anstieg auch um 300 Prozent von Todesfällen. In dem Fall sind wir von 5.000 auf 20.000 bestiegen. Also ich möchte Ihnen das nochmal zeigen, dass das Ganze ja in Quartalszahlen zu uns gekommen ist. Und in Quartalszahlen sieht es nochmal etwas interessanter aus, weil wir ja sehen, dass quasi schon im letzten Quartal 2020 ein minimaler Anstieg zu sehen ist, der vorher so nicht nicht da gewesen ist, sodass also auch hier eine gewisse Konsistenz der Daten nicht zu leugnen ist. Und im ersten Quartal ist es ein massives Sterbegeschehen. Und was man auch sagen kann, eine R96 oder R98 oder R99 wird natürlich niemals kodiert, wenn ein Leichnam abgestrichen wurde hinterher mit einem PCR-Test und dabei rausgekommen ist, dass der negativ ist. Dann hat das keinen Zusammenhang mit Corona. Und insofern kann man also hier davon ausgehen, dieses sind definitiv keine Corona-Gestorbenen, auch nicht an und mit, weil diese Kodierung nur dann, wenn keine andere Erkrankung angehalten ist, also dort zu finden ist und auch keine Vorerkrankungen zu finden sind. Dann haben wir den Tod ohne Anwesenheit anderer Personen quartalsmäßig und wir sehen, dass auch das Quartal, das erste Quartal 2022 hier dabei ist. Da haben Sie mal einen Einblick, dass jetzt beispielsweise bei der sonstigen ungenau oder nicht näher bezeichneten Todesursachen, die weiterhin eine starke Kodierungshäufigkeit vorliegt. Das ist natürlich, wenn man das sich hier so anguckt, ein in sich konsistenter Datensatz, den wir abgeliefert bekommen und wir müssen natürlich noch den plötzlichen Herztod, der ja auch häufig stattfindet in diesem Fall, nicht ganz so häufig wie die anderen, aber der ist auch verstärkt kodiert und auch der hält in 2022 an. Ich möchte das nicht in Zusammenhang bringen mit der jetzigen von dem Statistischen Bundesamt mitgeteilten Übersterblichkeit, die ja auch im Radio schon verteilt wird und wo es ja schon das große Rätselraten darum gibt, wie diese Übersterblichkeit jetzt zustande kommt. Und die neuesten Kreationen sind ja, es könne eine frühere Corona-Infektion gewesen sein. Das sind natürlich Behauptungen und die sind natürlich unbelegt. Ich persönlich muss darüber ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, weil es ganz einfach wäre, mit Daten der Kassenärzte und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung herauszufinden, warum jemand gestorben sein könnte. Man könnte nämlich genau, und das kann ich jetzt mal als Anregung in die Welt erzählen, man könnte einfach diejenigen, die mit diesen Kodierungen gestorben sind, könnte man filtern und man könnte sagen, filter mir alle I-46-1, alle, die also in dem Monat, meinetwegen Oktober, wo die Übersterblichkeit ist, filter mir alle raus und schau, was die vorher hatten. Und wenn die vorher eine Corona-Infektion hatten, naja, dann ist es vielleicht denkbar. Und wenn sie keine Corona-Infektion haben, dann ist es natürlich nicht denkbar, dass eine verschleppte Corona-Infektion vorgelegen haben könnte. Aber ich will nur damit ein Beispiel zeigen, wie einfach es wäre, wenn man es wollte, wenn man herausfinden wollte, ob eine Übersterblichkeit an einer vorangegangenen Erkrankung liegt oder ob es andere Ursachen hat. Hier jedenfalls, wenn man sich diese Daten anguckt, muss man konstatieren, dass ganz klar im Quartal 1 2021 Ärzte offensichtlich verstärkt eine Codierung benutzt haben, die einen unklaren Tod vor ihnen gesehen hat. Und dass das in einer Häufigkeit stattgefunden hat, wie es mehr als auffällig ist, das habe ich schon gesagt, dass die Übersterblichkeit damit geklärt wird. Im Grunde genommen habe ich Ihnen jetzt zunächst einmal nur oberflächlich die Daten gezeigt. Ich habe, weil ich auch als Datenanalyst, ich bin auch Programmierer, ich habe ein Portal programmiert, wo Menschen Beschwerden angeben können, die sie nach einer Corona-Impfung gehabt haben. Diese Plattform steht 200 Ärzten zur Verfügung, die Impfschäden oder auch Impfnebenwirkungen behandeln können. Patienten können sich dort anmelden. Und genau auf dieser Seite, um herauszufinden, nicht nur wer ist gestorben, sondern auch welche anderen Diagnosen, sei es Krebsdiagnosen, Augenleiden, Darm- oder Divertikulitis-Erkrankungen. Diese ganzen kann man auf corih.de selbst analysieren. Das Tool ist von mir programmiert und analysiert quasi die Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sodass also jeder seine Erkrankung eingeben kann. Beispielsweise die bösartige Neubildung der verschiedenen Körperregionen kann man dort nachsehen. Ist es eine Verstärkung oder nicht? Ich kann nur sagen, es ist sehr interessant. Man sieht sehr interessante Krankheitsverläufe und Häufigkeiten und darauf wollte ich hinweisen. Und insofern kann ich Ihnen noch als Abschlussbild nochmal zeigen, wie dramatisch das ist. Auch meine Vorstellung ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut nach dem Arzneimittelgesetz dies als Risikosignaldetektion endlich benutzt und sagt, solange wir nicht aufgeklärt haben, warum wir so viele unklare Todesfälle haben, im Gegensatz zu 2020 und bis 2016 zurück, solange dürfen die Impfstoffe nicht verimpft werden. Ich sage nicht, dass diese Todesfälle von den Impfstoffen kommen, explizit nicht, sondern ich sage schlichtweg, sie haben ein Risikosignal zu bearbeiten. Und erst wenn ein Risikosignal bearbeitet ist, erst dann ist man befugt, letztlich zu sagen, es ist alles in Ordnung. Im Moment kann ich das so nicht erkennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Lausen, gibt es Fragen dazu? Bitteschön. Sven Bargel, Forum, Wochenmagazin. Eine Nachfrage. Kann man denn aus den KBV-Zahlen nicht rauslesen, ob die geimpft sind oder ob das Ungeimpfte sind? Hat man keine Chance, oder? Nein, das ist auch im Vorwege gar nicht vorgesehen gewesen. Also es ist natürlich so, dass zu einem späteren Zeitpunkt, als die Impfzentren nicht mehr die ganze Arbeit gemacht haben, da haben die Kassenärzte angefangen zu arbeiten und sie können dann sehen, wie viele tatsächlich eine Impfung bekommen haben. Dafür gibt es eine Kodierung. Wenn ich das recht im Kopf habe, ist das die U119. U119 ist neu eingeführt worden. Erforderlichkeit einer Impfung ist der Code, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dieser Code weist bei den Hausärzten, ich glaube, 31 Millionen aus. Es gibt noch einen zweiten Code. Da weist der, glaube ich, sechs oder sieben Millionen aus. Das kann man alles nachsehen auf kori.de. Da können Sie also die Impfungsanzahlen suchen, die jetzt zumindest in den Kassendaten zu sehen sind. Aber sie haben natürlich das Problem, dass viele Leute in die Impfzentren gegangen sind und die haben es nicht direkt dem Patienten zugeordnet. Wenn ich dazu kurz noch ergänzen darf. Es ist ja vom Gesetzgeber im Paragraf 13 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz explizit vorgesehen worden, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht nur die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung holt, sondern entsprechend auch die Daten aus den Impfzentren, damit sozusagen diese Daten miteinander verknüpft werden können. Das können wir jetzt hier nicht, weil wir nur die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung haben. Aber letztlich eigentlich werden die Regierungsstellen in der Lage, die Daten aus den Impfzentren, wenn sie ihrem gesetzlichen Auftrag nachgekommen wären, diese Daten sich zu holen und zu verknüpfen, zu sagen, wir haben hier ein entsprechendes Geschehen bei Geimpften oder Ungeimpften. Aus diesen Daten heraus können wir es leider nicht sehen. Dann hätte ich noch eine Nachfrage zu den Impfschäden. Die KBV sprach vor ungefähr drei Monaten, da gab es mal eine offizielle Mitteilung von 2,5 Millionen Impfschäden, hat aber gerade selber dann auch noch dazu gesagt, die gehen von einer Dunkelziffer aus, die wahrscheinlich weit höher liegt. Also ich glaube, das ist das Doppelte. Kann man bei den Todeszahlen sagen, dass es da eventuell auch eine Dunkelziffer gibt, dass da Leute tot erklärt wurden mit Gründen, die vielleicht, gibt es da nicht auch eine Dunkelziffer bei den Todeszahlen? Definitiv. Sie müssen ja sehen, dass zunächst einmal offensichtlich laut Aussage von Herrn Menzer, dem Leiter der Pharmakovigilanz vor dem Bundesverwaltungsgericht, Herr Dr. Menzer hat mir gesagt, dass zehn Prozent der Fälle, die sie gemeldet bekommen haben, nur von Ärzten oder dem Gesundheitsamt gemeldet wurden. Und hier sehen Sie mal die Todesfälle, die in 2021 stattgefunden haben. Das ist der Sicherheitsbericht vom 07.02. Hier handelt es sich um 2.255 gemeldete Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung. Und diese Todesfälle nimmt das Paul-Ehrlich-Institut als die Gesamtmenge, die gemeldeten, als die Gesamtmenge der unklaren und unerwarteten Todesfälle. Das Paul-Ehrlich-Institut macht hier einen definitiven methodischen Fehler. Das ist auch schon vom Bundesverwaltungsgericht zur Sprache gekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sehr, in großer Unkenntnis, das möchte ich dem Bundesverwaltungsgericht mal vorwerfen, entschieden, dass das scheinbar eine ordnungsgemäße Analyse ist, die Observed versus Expected-Analyse mit nur den gemeldeten Fällen. Eigentlich muss ja, wenn man eine unklare Todesfallzahl hat vom Vorjahr als Referenzgrundlage, müsste man ja vom Jahr, wenn man was monitoren möchte, müsste man ja von dem Jahr die gesamte Todesfallzahl, die unklar ist, dagegen setzen. Und man kann ja nicht nur sagen, ich nehme nur die Fälle, die mir jetzt telefonisch gemeldet werden. Was ist denn, wenn jetzt keiner da ist und der ruft nicht nochmal an? Dann ist dieser Todesfall ja schon gar nicht mehr Teil der Observed versus Expected-Analyse. 2.255 Todesfälle. Und das Erschreckende, das ist das, was eigentlich den Verdacht nochmal erhöht, dass es hier doch durchaus viele Todesfälle gibt, ist, was Sie hier sehen, hier ist eine Anfrage in dem Fall von Herrn Thomas Dietz. Der hat eine Anfrage beim Bundesministerium für Gesundheit gemacht, nur für den Impfstoff-Community von BioNTech. Und dort hat der Staatssekretär, Professor Dr. Edgar Franke, der hat eine Liste aufgestellt, wie viele Menschen in den jeweiligen Altersgruppen sind am Tag der Impfung gestorben. Also sie gehen zur Impfung und sterben an dem Tag. Das würde ich jetzt mal sagen, dass sie zunächst gesund gewesen sind. Insbesondere, wenn sie zwischen 18 und 59 gewesen sind, sind es in 2021 nur mit BioNTech-Impfstoff 85 Menschen, die am Tag der Impfung möglicherweise wenige Minuten oder auch einige Stunden danach gestorben sind. Die sind tot umgefallen. Diese Leute kommen möglicherweise in Betracht, dass sie in dem R96 plötzlich eingetretener Tod oder I46-1 landen. Da sind sie statistisch drin. Aber es sind nur 85 gemeldet worden am ersten Tag. Und dann sehen Sie ja in der Liste weiter, dass auch die 12- bis 17-Jährigen, da gab es sogar drei, und das wurde ja erst gegen Ende des Jahres bei den 12- bis 17-Jährigen verimpft. Und da gab es drei Todesfälle. Also ein junger Teenager, der zur Impfung gegangen ist und wenige Stunden später tot gewesen ist. Drei Stück. Und dann haben wir noch ganz viele ältere Menschen, über 60. Da waren es am ersten Tag 285 Menschen nur bei dem Impfstoff von BioNTech. So, das ist natürlich ein Signal. Das heißt also, wenn Sie diese Information bekommen, und das melden nicht die Ärzte, also diese Fälle sind nicht, diese schon sind nicht von den Ärzten zu 100% gemeldet, sondern diese Fälle sind tatsächlich zu 90% von den Angehörigen gemeldet. Das ist eine amtliche Auskunft des Paul-Ehrlich-Instituts. Das heißt also, man kann hier schon sehen, selbst für die statistische Berechnung, also selbst wenn die gar keine Möglichkeit haben, Obduktionen anzuordnen, dann hoffen die offensichtlich darauf, dass niemand anruft. Und nur dann, also ich habe auch von Fällen, von Todesfällen gehört, die den Verdacht hatten, die keinen Rückruf bekommen haben. Also ich überprüfe meine Statistiken natürlich auch mit der Lebenswirklichkeit, was also tatsächlich stattfindet. Aber wie Sie hier sehen, mit diesen Zahlen müssten Sie eigentlich was tun. Jetzt sage ich nicht, dass jeder Gestorbene mit der Impfung selbst zu tun hat. Aber hier gibt es eine Studie von 2004. Da geht es damals um plötzlich und unerwartete Todesfälle nach der Verabreichung von sechswertigen Impfstoffen, Diphtherie und so weiter. Und lesen Sie einfach nur die Schlussfolgerung unten. Diese auf Spontanmeldung, also das, was das Paul-Ehrlich-Institut ja als Spontanmeldung betrachtet, wenn ein Angehöriger anruft, dieses auf Spontanmeldung basierende, diese Befunde belegen keinen kausalen Zusammenhang zwischen Impfung und plötzlich unerwarteten Todesfällen. Sie stellen jedoch ein Signal für einen der beiden sechsfach Impfstoffe dar, was zu einer intensivierten Überwachung auf unerwartete Todesfälle nach Impfung führen sollte. Also es geht nicht darum, zu behaupten, das wäre alles von der Impfung, sondern Sie haben eine Pflicht in dem Moment für die Menschen und natürlich auch für die Ärzte. Sie müssen sich immer überlegen, die Ärzte gehen ja davon aus, dass das alles sicher ist. Wenn Sie dann also die Daten gar nicht überprüfen und Sie behaupten nur, das ist alles sicher über einen langen Zeitraum, dann müssen Sie dann natürlich aber auch Ihre Pflicht tun und sagen, ich untersuche die Daten, die ich zur Verfügung habe. Wenn Sie das dann auch nicht machen, dann können Sie ja nicht behaupten, dass es sicher ist, nur weil Sie jetzt Angehörige anrufen und sagen, ja herzliches Beileid, das reicht ja nicht. Also damit können Sie ja nicht eine Sicherheitsbehörde sein. Und aus meiner Sicht gehörten diejenigen, die im Paul-Ehrlich-Institut verantwortlich sind, zunächst einmal sehr deutlich befragt, was sie sich bei diesem Unsinn gedacht haben, den sie da verzapfen. Und das ist eine Bundesoberbehörde. Und ich weiß, dass ich mich damit natürlich in den Vordergrund schiebe. Aber ich würde diese Befragung gerne durchführen. Wenn ich dazu kurz noch ergänzend was sagen darf. Wir wissen ja vom Anfang der Impfung, beispielsweise AstraZeneca, dass man dort auch schon bei Impfstoffen reagieren musste wegen Todesfällen, die eingetreten sind, wo wir diese Hirnvenenthrombosen hatten und man dann entsprechende Altersgruppen rausgenommen hat, weil entsprechend Todesfälle aufgetreten sind. Und der politische Skandal an der Stelle ist natürlich, dass man trotzdem die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte, die einzuholen, nicht eingeholt hat. Und wir jetzt diese Daten vorliegen haben und in diesen Daten sehen, dass eine massive Zunahme dieser Todesfälle plötzlich und unerwartet entsprechend vorgekommen ist. Und dass Paul-Ehrlich-Institut ja diese Möglichkeit schon viel eher gehabt hätte, diese Daten einzuholen und zu analysieren und auszuwerten, ist sogar ihr gesetzlicher Auftrag gewesen ist und sie dem nicht nachgekommen sind, obwohl sie ja selbst Todesfälle nach Impfung ihnen bekannt gewesen sind. Wie gesagt, bei AstraZeneca hat man ja das komplette Verfahren abgeändert, weil eben Todesfälle eingetreten sind. Darf ich mal fragen, ob jemand von den Öffentlich-Rechtlichen hier heute sitzt? Ich bin ja nun sehr unerfahren mit solchen Pressekonferenzen. Ist jemand hier? Nein. Okay. Das passt eigentlich, Entschuldigung, das passt eigentlich in das Bild, was ich gewonnen habe, dass man diese Art von Berichterstattung und von Datenanalysen nicht nennen möchte. Das passt genau zu dem, was im Paul-Ehrlich-Institut aus meiner Sicht auch passiert. Ich rüge das aus meiner Perspektive als Datenanalyst sehr, weil ich diese Arbeit ja nicht mache, weil ich das so toll finde, sondern weil es dringend notwendig ist, dies zu tun. Und insofern habe ich nur noch mal nachfassen wollen, dass hier von den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich keiner sitzt. Gut, wir haben noch zwei Fragen, hatte ich gesehen. Einmal Herr Feurert. Ja, eine Frage an Herrn Sichert, Sie als jemand, der jetzt damit politisch umgehen muss. Sie kritisieren ja, wenn ich das richtig verstehe, in erster Linie, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht mit diesen Daten arbeitet. Nun wirft das PEI umgekehrt ja den KBV vor, sie würden diese Daten nicht geben. Also das war zumindest eine Aussage von diesem schon besagten Herrn Menzer, der meinte, die KBVen hätten die nicht rausgerückt und es wurde da spekuliert, dass sie Sorge hätten, das könnte nicht ausreichend pseudonymisiert werden. So zumindest der Vorwurf. Also das ist definitiv, das kann ich auch ganz klar sagen, das ist definitiv eine Lüge, weil, wie Sie sehen, ich habe die Daten überfragt den Staat, also öffentlich angefragt und habe diese Daten bekommen. Und diese Daten sind ja alle pseudonymisiert. Das heißt, die Daten sind vorhanden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat gegenüber dem Deutschen Bundestag auch in einer der letzten Anhörungen ganz klar gesagt, wenn wir Daten haben, die abgerechnet sind, können wir die auch dem Deutschen Bundestag und den entsprechenden Fraktionen dort zur Verfügung stellen. Das war immer die Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung. Ganz im Gegenteil, Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut haben sich gegenüber auch den Fraktionen im Deutschen Bundestag immer versucht rauszureden, zu sagen, ja, wir setzen jetzt da noch ein Portal auf und über dieses Portal soll das Ganze dann laufen und so weiter. Das heißt, sie haben es massiv schlicht verschleppt. Denn diese Daten einfach anzufragen in ein Excel-Tool oder sich mit Excel zu holen und eine entsprechende Auswertung darüber über diese Daten laufen zu lassen, einfach nur zu gucken, was für statistische Ausreißer haben wir da. Das ist eine Sache, die hätte auch das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut mit keinem allzu großen Aufwand machen können, ja sogar machen müssen. Und Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut kommen hier definitiv ihrer Aufgabe nicht nach und es ist nicht die KBV, die ja diese Daten tatsächlich auch hat und diese Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und gestellt hat über diese Anfrage bei Frag den Staat. Ich möchte es kurz ergänzen, wenn es so einfach ist, an diese Daten heranzukommen. Ich habe das von Herrn Menzer, ich habe ihn persönlich befragt und ich habe von Herrn Menzer erfahren, die Kassenärztlichen Vereinigungen kooperieren nicht. Insofern ist das richtig, was Sie gerade gesagt haben. Aber die Nicht-Kooperation ist ja bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, ich selbst habe auch die Kassenärztliche Vereinigung in Hamburg angefragt. Die haben gesagt, sie hätten keine Verpflichtung. Es steht aber im Gesetz, dass sie eine Verpflichtung haben. Und das ist letztendlich eine sehr einfache Sache zu lösen. Es sind Körperschaftlichen des öffentlichen Rechts. Alle Kassenärztlichen Vereinigungen und zwar nicht der Bundesverband, der hat ja tatsächlich die Daten herausgegeben, aber alle Kassenärztlichen Vereinigungen haben diese Pflicht nicht erfüllt. Die haben nicht mal Gespräche zur Nichterfüllung geführt. Das heißt, das ist ja auch durch eine Bundestagsanfrage ist ja rausgekommen, dass die nicht mal mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesprochen haben. Also weder das Paul-Ehrlich-Institut hat die Kassenärztlichen Vereinigung kontaktiert, noch haben die Kassenärztlichen Vereinigungen das Paul-Ehrlich-Institut kontaktiert. Und das ist eigentlich der Skandal, dass Daten vorliegen, die die Sicherheit der deutschen Bevölkerung, der deutschen Versicherten in gewisser Weise sofort gezeigt hätten. Und vor allen Dingen, dass man, wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe, ab dem zweiten Quartal behauptet hat und versprochen hat, dass man ab da die Daten einholt, die Kassendaten und das dann nicht gemacht hat, wie das Frau Keller-Stanislavski vom PAI gesagt hat, das ist eigentlich der Skandal. Das hier. Zweites Quartal 2021. Wir sind jetzt anderthalb Jahre weiter. Herr Ratsch, Sie hatten noch eine Frage? Ja, guten Tag, Friedemann Däblitz. Ich habe eine Frage. Ist es vorstellbar, dass diese Sprünge, die Sie jetzt gesehen haben, dass die vorher noch niemandem aufgefallen sind? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie sieht es mit anderen Diagnose-Codes aus? Also für solche, die jetzt nicht Todesfälle betreffen. Sie sagten ja vorhin schon Darmerkrankungen, Krebserkrankungen, wenn ich richtig gehört habe. Gibt es da auch so auffällige Sprünge? Und wenn ja, wird es da auch noch eine Auswertung von Ihnen geben, die da vorgestellt werden wird? Also, hat eins, dass das nicht aufgefallen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt nicht irgendjemandem irgendwas vorwerfen, was ich nicht beweisen kann. Fakt ist, diese Daten sind vorhanden und sie hätten ausgewertet werden müssen. Und dass das nicht passiert ist, ja, beziehungsweise wenn es passiert sein sollte, dass diese Daten irgendwo ausgewertet worden sind, dann hätten wir ja einen noch größeren Skandal, wenn sie dann nicht entsprechend kommuniziert worden sind, sodass die Politik entsprechend handeln und agieren konnte. Und ja, wir haben, wie gesagt, bei verschiedenen Erkrankungen entsprechende Entwicklungen, die wir gesehen haben, haben aber gesagt, das sind die Faktoren, die selbst das Paul-Ehrlich-Institut herannimmt, für die Bewertung der Sicherheit von Arzneimitteln. Und bei diesen Faktoren eben I46-1, R96 bis R99, dort sehen wir so massive Entwicklungen, dass wir uns darauf entsprechend fokussiert haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich würde einfach kurz an den Herrn Lausen abgeben, dass Sie noch kurz was zu den anderen Daten sagen. Ja, wie gesagt, die anderen Daten können Sie jetzt selbst analysieren, ab sofort, das ist freigeschaltet unter corih.de, cori.de, Corona-Impfschadenhilfe. Und dort können Sie selbst analysieren, Sie können, da gibt es ein Cockpit, da können Sie einen Steckbrief für eine Erkrankung erstellen, meinetwegen Krebs oder, naja, Krebs gibt es in den Kodierungen nicht. Also Sie müssen sich an die Kodierung halten. Sie könnten plötzlich eingeben, Sie könnten bösartig eingeben, Sie könnten Lunge eingeben, Niere oder wenn Ihnen der Code bekannt ist, können Sie auch den Code eingeben. Ich möchte noch auf eine letzte Sache kurz hinweisen. Ein Versagen liegt natürlich auch in dieser Frage vor, weil immer dann, wenn Sie eine Massenimpfung für alle Bevölkerungsteilnehmer ausrollen, dann ist ja eine verdammt gute Idee, wenn Sie auf die Leichenschauscheine den letzten Impftermin eintragen müssen. Das ist natürlich versäumt worden. Das heißt also, man hätte, wenn man jetzt heute alle Leichenschauscheine untersuchen würde, hätte man eine wunderbare Idee von etwa zwei Millionen Menschen, die seit Beginn der Impfung gestorben sind, also weil sie einfach auch natürlichen Todes gestorben sind und so weiter oder an anderen Ursachen. Man hätte aber sehen können, welche zeitlichen Zusammenhänge es zur Impfung gegeben hätte. Es wäre ganz einfach nur die Ergänzung eines Feldes gewesen, wo man hätte den Arzt, der die Leichenschau macht, also die erste Leichenschau, der hätte in Erkundigung oder der Hausarzt in Erkundigung bringen müssen, wann war die letzte Impfung. Ein Impfpass hat ja jeder und insofern hätte man dann nachschlagen können. Mit diesen Daten wäre alles ganz leicht gewesen. Gibt es weitere Fragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank.